Ich möchte einen kurzen Rückblick über die wissenschaftlichen Arbeiten der 12 Jahre Ausstellungszeit der Gasstation Tankstelle für Kunst und Impuls Berlin geben. Die Gasstation wurde 2007 von mir, Elisa Asenbaum, und meinem Kollegen Thomas Maximilian Stuck gegründet. Wir verstehen uns als Projektraum, in dem Arbeiten aus Kunst, Wissenschaft und Literatur aufeinandertreffen. Dieses Konzept haben wir gleich zu Beginn 2008 mit dem Projekt Emotion erprobt und sind trotz anfänglicher Unkonformität in der damaligen Kunstszene dabei geblieben. Denn es hat sich für uns als fruchtbar erwiesen, auf thematische statt auf formale Schwerpunkte zu setzen und ein Thema von verschiedenen Blickwinkeln als auch von verschiedenen Spaten aus zu beleuchten und so einen breiteren Fächer von Sichtweisen zu eröffnen. Wissenschaft hat eine andere Herangehensweise als Kunst und Literatur. Diese Unterschiedlichkeit zu achten und zu verstehen ist spannend. In der Wissenschaft zum Beispiel, in der Physik, die Zusammenarbeit von theoretischer und Experimentalphysik, das Ringen um Beweisbarkeit, die strengen Regeln dabei, die oftmalige Wiederholung eines Experiments, bis es als bewiesen gilt. Hingegen, in der Kunst zum Beispiel, ist Einmaligkeit ein Kriterium. Trotzdem gibt es auch ähnliche Vorgangsweisen im Forschen und Bewerkstelligen, wie Trial and Error und ästhetische Ähnlichkeiten mit der Kunst, optisch und auch formal. Diese Aspekte arbeiten wir in unseren Ausstellungen heraus. Projekt Chaos, das Chaos ist immer und überall. 2019, wir haben zu diesem Thema entsprechend einen Katalog gestaltet. Für die Großprojekte habe ich jeweils wissenschaftliche Arbeiten gesucht, die das jeweilige Thema nochmals anders beleuchten. Viele Wissenschaftler haben dazu Artikel, Bücher und wissenschaftliche Texte in die Ausstellungen eingebracht. Ich kann hier nur auf einige Arbeiten hinweisen. Unser erstes Projekt E-Motion 2008-2009 mit 54 Positionen aus Kunst, Wissenschaft und Literatur war thematisch sehr breit angelegt. Der Themenkreis Bewegung im Raum, im Wahrnehmungs- und Gefühlsbereich und als Entwicklungsschritt ließ mannigfaltige Anschlusspunkte offen. Reinhold A. Bertelmann trug mit einem Beitrag aus dem Buch Quantum Unspeakable bei Magic Moments Reinhold A. Bertelmann ist Physiker und Mathematiker. Sein Forschungsschwerpunkt gilt unter anderem der belgischen Ungleichung sowie Problemen der Verschränkung, Dekohärenz und Geometrie von Quantensystemen. Magic Moments bezieht sich auf seine Begegnung mit John Bell in CERN, die zu fruchtbaren Zusammenarbeit, Freundschaft und zu inspirierten Augenblicken führte. Bell rechts, Bertelmann links beim Tee trinken In seinem Artikel Bells Theorem – The Nature of Reality berichtet er über die bewegte Entwicklung der Erkenntnisse in der Quantenmechanik. Speziell im Zeitraum zwischen 1965 und 1998 beschäftigte sich die physikalische Gemeinschaft durch das Einbringen des IPR-Diskurses Einstein-Podolsky-Rosen-Gedankenexperiment mit grundlegenden Fragen über die physikalische Realität, Lokalität, spukhafte Fernwirkung, als zur Wirkung an zwei voneinander getrennten Orten, ohne dass es einen Informationsaustausch und Zeitverzögerung gibt, und Unvollständigkeit der Quantenmechanik. Einstein war nämlich lang der Ansicht, dass versteckte Variablen im Spiel sind, und damit wäre die Quantenmechanik wieder deterministisch, und diese spukhafte Fernwirkung wäre vom Tisch. Aber er irrte sich. Bells Ungleichung leistete den großen Durchbruch für die moderne Sichtweise auf die Quantenmechanik. Bei dem Projekt Das Ding Objekt oder und Individuum 2010-11 65 Positionen aus Kunst, Wissenschaft und Literatur trug Herwig Peterlik bei. Herwig Peterlik ist Professor für Materialphysik an der Universität Wien und untersucht verschiedene Materialien mit Streumikroskopen. Hier sieht man von links nach rechts Röntgenstreubilder von einer Pfauenfeder, einer Rattenschwanzsehne und einem Korund. Bei seiner Arbeit Realraumobjekt, Reziproker Raum, sieht man eine Fotografie einer Pfeife, die einem abstrakt erscheinenden Bild gegenübersteht. Das Foto der Pfeife trägt den Titel »Keine Pfeife« und verweist auf das Bild von René Magritte, ein Ölbild, das der Surrealist 1929 gemalt und mit »Das ist keine Pfeife« betitelt hat. Die abgebildete Pfeife sieht man rechts als Röntgenstreubild, auf dem steht »Eine Pfeife«. Seine Arbeit macht anhand einer Gegenüberstellung zweier Darstellungen von ein und demselben Objekt auf die verschiedenen Aspekte der Existenz eines Dings aufmerksam. 2011, 12 »Keine Zeit« »Zeitphänomene, Phänomene der Zeit« 48 Positionen aus Kunst, Wissenschaft und Literatur Hartmund Rosa ist Soziologe und Politwissenschaftler und lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sein Beitrag war das Buch »Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne« Hartmund Rosa hat einen erfreulichen, tiefgehenden Analyse moderner und spätmoderner Zeitphänomene entwickelt. Dabei benennt und diskutiert er die Relevanz der Beschleunigungsspirale als ein komplexes, maßgebendes Gesellschaftsproblem, welches aus politischen, wirtschaftlichen und geschichtlichen Dynamiken sowie ihren Wertvorstellungen und Abhängigkeiten resultiert. Herbert Pitschmann ist Physiker und Autor vieler wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Bücher. Er war Leiter des Instituts für Theoretische Physik an der Universität Wien. Er hat bei vielen unserer Projekte beigetragen. Für das Ausstellungsprojekt »Keine Zeit« haben wir zusammen ein interaktives Videointerview erstellt. Besucherinnen und Besucher konnten einzelne Fragen eigenständig über Touchscreen auswählen und Teile des Interviews konnten auch als Podcast aus der Ausstellung mitgeben. In seinem lebendigen Redefluss verbindet er breites physikalisches Fachwissen mit zeitgeschichtlichen und philosophischen Aspekten. Das Gespräch erstreckt sich vom Wandel der Zeitauffassung im physikalischen Sinne, wie die absolute Zeit bei Newton, die relative Zeit bei Einstein und die Zeitauffassung in der Quantenmechanik bis zu gesellschaftskritischen Betrachtungen, zum Beispiel der Entwicklung im Bildungsbereich im europäischen Raum. Heiko Hecht ist Leiter der Abteilung Allgemeine Experimentelle Psychologie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Er arbeitete am NASA Ames Research Center. Seine Interessen sind Bildwahrnehmung, Wahrnehmung und Handeln in extremen Umgebungen, Kontakteinschätzung, virtuelle Realität und künstliche Schwerkraft. In seinem Buchbeitrag »Zeitwahrnehmung als Bewegungswahrnehmung« untersucht er den engen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Bewegungen und unseren Zeitempfinden. Gemeinsam haben wir für die Ausstellung einige Animationen dazu erstellt. Albert Michote 1954 wies nach, dass Beobachter die Bewegung zweier simplen Objekte, etwa zweier sich hintereinander herbewegenden Punkte, als kausal verursacht und aufeinanderbezogen wahrnehmen. Die Perfektheit und das Fehler 40 Positionen aus Kunst, Wissenschaft und Literatur 2013-14 Victor Kröger ist Festkörperphysiker. Für die Ausstellung hat er den wissenschaftlichen Textbeitrag »Wie Abweichung von der Perfektion Neues möglich macht« »Gitterfehler im Festkörper« verfasst. Das Plakat ist in Zusammenarbeit mit Wolfgang Klang, Stefan Buchecker, Fakultät für Physik an der Universität Wien und der Gasstation Berlin entstanden. Geistesgeschichtlich betrachtet ist die Tatsache interessant, dass die abendländische Kultur, die die Wissenschaft geprägt hat, meist von einer idealisierten Vorstellung ausgeht. In diesem Fall ist es ein vollkommenes regelmäßiges geometrisches Gitternetz von Atomen des idealen Kristalls, wie es praktisch nie in der Natur vorkommt. In der Materialphysik sind diese Gitterfehler maßgebend für bestimmte Materialeigenschaften, wie zum Beispiel Wigsamkeit, Verformbarkeit von Metallen, Härte bei Legierungen oder spezielle Eigenschaften bei Halbleitern. Sogar wird technisch viel Aufwand betrieben, Gitterfehler einzubringen, um dem Material spezielle Eigenschaften zu verleihen. James Shapiro ist Mikrobiologe an der Universität Chicago. Er hat eine überaus lange Forschungslaufbahn hinter sich. Ab 1980 hatte Shapiro eine enge wissenschaftliche und persönliche Freundschaft mit Barbara McClintock bis zu deren Tod 1992, von der er sagt, sie habe ihm die Augen geöffnet, um Wissenschaft allgemein und im Speziellen die Evolution völlig neu zu überdenken. Shapiro ist seit über 20 Jahren ein führender wissenschaftlicher Kritiker der orthodoxen Evolutionstheorie. In seinem Buchbeitrag Evolution of You from the 21st Century fasst er die Grundzüge seiner Thesen zusammen. Shapiro folgte viel an E. coli Bakterien, konnte durch Einfärbung ihre Kommunikationsfähigkeiten erschließen und z.B. durch Umstellung der Nährlösungen beobachten, wie Gene sich umstrukturieren können. Lebende Organismen besitzen in den Zellen Möglichkeit und genetische Werkzeuge, um das eigene Genom aktiv zu modifizieren. Die meiste Zeit ist das Potenzial zum Natural Genetic Engineering inaktiv, aber auf äußere Einflüsse, Stressoren, kann reagiert werden, um die DNA-Architektur zu verändern. Dazu gibt es einen Film auf unserem YouTube-Kanal. Shapiro hat auch bei Augustiner Träumte im Progressius 2015-16 27 Positionen aus Kunstwissenschaft und Literatur mitgemacht und zwar zum Themenkreis Ich, Einheit oder Vielheit. In diesem Projekt, welches auf dem literarischen Buchtext Augustiner selbst fußt, hat z.B. auch das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik mit einem Vortrag und Markus Pössl mit der Website Einstein für Einsteiger beigetragen. Markus Pössl hat Einstein für Einsteiger am Albert-Einstein-Institut ins Leben gerufen. Die meisten Beiträge vorerst selbst verfasst. Er leitet seit 2009 das Haus der Astronomie in Heidelberg, welches von der Klaus-Girag-Stiftung und der Max-Planck-Gesellschaft gegründet ein Zentrum für astronomische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist. Beim Projekt Augustiner Träumte im Progressius war der Beitrag im Themenkreis Bewegung Raumzeit angesiedelt und gab wunderbaren Aufschluss über den Wandel der Raumzeitauffassung durch Albert Einstein, der die ART, die Allgemeine Relativitätstheorie, 1915 bekannt gab. Eine Theorie, die unser physikalisches Weltbild revolutioniert hat. Mit dieser Theorie werden die Erscheinungen der Schwerkraft als Effekte der verzerrten Raumzeit erklärt. Raum, Zeit und Gravitation sind damit untrennbar miteinander verbunden. Diese Animation zeigt eine Gravitationswelle, auch von Markus Pössl erstellt. Und hier die Zentralregion einer Supernova, eine Sekunde nach dem Einsetzen der Explosion. Hellere Regionen entsprechen großer Dichte. Supernovas werden heute als Standardkerzen zur Entfernungsbestimmung genutzt. Und das ist ein Bild von einem schwarzen Loch, welches ich für Carlo Rovelli gezeichnet habe. Schwarze Löcher treten oft als binäre Systeme auf. Das bedeutet, dass ein schwarzes Loch und zum Beispiel ein Stern gravitativ aneinander gebunden sind. In der Illustration sehen wir, dass Materie des Sterns von dem schwarzen Loch angesaugt wird und teilweise in diesen verschwindet. Der Materiestrom spiralisiert sich um das schwarze Loch und bildet so eine rotierende Akkretionsscheibe. Teilweise wird auch etwas Materie in Form eines Jets abgestoßen. Der Buchbeitrag von Carlo Rovelli Die Wirklichkeit, die nicht so ist, wie es scheint, eine Reise in die Welt der Quantengravitation und der Artikel Relational Quantum Mechanics wurde bei dem Projekt Schein und Spiegelung, ein Relations-Positionsprojekt 2018-19 mit 25 Positionen aus Kunst, Literatur und Wissenschaft gezeigt. Carlo Rovelli ist theoretischer Physiker aus Verona und wurde durch seine Beiträge zur Theorie der Schleifenquantengravitation bekannt. Außerdem arbeitet er schon lange an einer relationalen Sichtweise der Quantenmechanik. Derzeit leitet er die Gravitationsgruppe an der Fakultät für Theoretische Physik der Universität in Marseille in Frankreich. Ebenso in Schein und Spiegelung hat Czasslav Bruckner mit dem Beitrag Quantum Causality einen Fachartikel gemeinsam in Zusammenarbeit mit einigen Kollegen, bei dem es um die kausale Ordnung geht, beigetragen. So wie das Phänomen der quantenmechanischen Unschärfe oder Überlagerung, wie zum Beispiel der Schrödinger Katze, tot und gleichzeitig lebendig ist, könnte ein Ereignis Ursache von einem anderen Ereignis und gleichzeitig von diesem verursacht sein. Diese Situation deutet auf eine indefinite überlagerte Zeitstruktur oder Zeitordnung hin, sodass das Ereignis A vor dem Ereignis B liegt, aber auch zugleich das Ereignis B vor dem Ereignis A geschieht. Wo können solche indefiniten, kausalen Strukturen überhaupt vorkommen? Bruckner führt als Beispiel ein massereiches Objekt an, welches sich in Superposition von zwei räumlich getrennten Orten befindet. Hier kommt sowohl die Quantentheorie als auch die allgemeine Relativitätstheorie zum Tragen. 2017 gelang ein Experiment, das solche Situationen eindeutig nachweist. Bei der Versuchsanordnung wurde der Informationsfluss zwischen zwei Einheiten, zwei Labors im quantenmechanischen Sinn, eines von Alice und eines von Bob, in Überlagerung gebracht. Wir haben diesen Versuchsaufbau in der Gasstation als Objekt optisch versinnbildlicht. Hier sehen Sie es. Czarslav Bruckner ist theoretischer Physiker. Er war bis 2019 Direktor des Instituts für Quantenoptik und Quanteninformation Wien, ICOCY, an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft und ist Professor für Quanteninformationstheorie und Grundlagen der Quantenphysik an der Universität Wien. Vitoria Galese von der Universität Parma gilt als einer der weltweit führenden Experten im Bereich der sozialen Neurowissenschaften. In seinen interdisziplinären Arbeiten fließen sowohl Erkenntnisse und Ansätze aus der Philosophie als auch aus der Psychologie und den Neurowissenschaften ein. Vision of the Body Embodied Simulation and Aesthetics Experience Der Fachartikel war ein Beitrag für Schein und Spiegelung. Vitoria Galese ist einer der Väter der Entdeckung des Spiegeleffekts. Er hat das Phänomen der Spiegelung in seinem Modell Embodied Simulation weitreichend ausgebaut. Eigentlich war es ein Zufallstreffer, der die Forschung der Spiegelphänomene in Gang setzte. Die Untersuchung galt elektrischen Signalen von grauen Zellen, die den Bewegungsablauf bei Affen auslösen. Immer wenn das Tier nach Futtergräb feuerten, Neuronen elektrische Impulse. Den Ausschlag konnte man auch als ein deutliches Knattern in einem Messgerät hören. Aber nicht nur das Forschungsteam beobachtete die Versuchstiere, auch die Versuchstiere beobachteten das Team. Als Galese selbst einmal nach einer Nussgriff umzunaschen, stellten die Forscher fest, dass beim Affen, der Galese beobachtet hatte, ein Ausschlag zu hören war, als hätte sich der Affe selbst bewegt. Auf dem Bild sieht man zwei Kortexe, und zwar lila den motorischen Kortex und grün den prämonitorischen Kortex, die eben zusammen im Spiel sind, netzwerkartig. Es gab noch sehr viele interessante wissenschaftliche Beiträge in unseren Ausstellungen. In unseren Katalogen sind alle präsentiert. Außerdem gibt es im November 2020 auf unserem YouTube-Kanal zwei wissenschaftliche Videos, Dokumentationen von Vorträgen zu sehen. Einer von Franz M. Wacher, Physiker, der auch sehr oft bei unseren Projekten beigetragen hat, der quantenmechanische Phänomene besprechen wird, und zwar anhand von Eliezur-Weidmann-Bombentest und James Shapiro, der über Genetic Engineering sprechen wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es sprach Elisa Asenbaum, zuständig für den Wissenschaftsbereich in der Gasstation, Tankstelle für Kunst und Impuls in Berlin. Ich danke für das Tausch Jenner.